. Misa Tango nur das zweite spielen. Nur für Akkordeon und Kontrabass. Statt für ein ganzes Kammerorchester, wie es der Palmeire vorgeschrieben hat. Das wär's doch! Haben Sven und ich gedacht, das wäre ja auch für kleinere Kühen attraktiv. Also, ich meine, auch finanziell. Und damit es gerade so etwa eine stündige Aufführung wird, haben wir zwischendurch noch Berge vom Asser-Piazzolla einfliessen lassen. Natürlich auch für unsere Tour arrangiert. Musik . ZANG EN MUZIEK 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 Amen. 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 Das war's. 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 Das war's.